Mit den ganzen Begleiterscheinungen... Du alte, ausgelutschte Gurke, du Züppelmonster! Wie bist denn du hierher gekommen? Selbst wenn du das jetzt nicht angesprochen hast... Diese Frau sieht doch aus wie eine Schusterwarze. Hast du Fragen wie Rohstoffe, Kobold? Sind sie verrückt? Wo kommt das eigentlich her? Wie kann das eigentlich recycelt werden? Nun sagen sie mal, sie haben wohl den Arsch auf dem Menschenskind. Müssen wir natürlich Antworten geben. Na, da freuen wir uns alle. Und da gibt es jetzt die ersten Batterien... Was ist denn los hier? Hört ihr ihn oder was? Das stinkt ja hier, als wenn die Oma auf dem Sofa brennt. Die auf Kobold verzichten. Und die Furzerei soll ich globen? Nun ist aber Schluss, ja? Oder was ist noch? Kobold. Schluss jetzt. Noch so eine Bemerkung und es gibt Maulschellen rechts und links. Kobold. Keine Frechheiten, sonst gibt es eins auf die Schnauze. Kobold. Servus! Kobold. Meine freche Faust, das ist eine Verfluchte. Immer hat er das letzte Verbuss in der Zeit.